Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 8. April 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 597 und heute habe ich die folgenden Themen mitgebracht. Twitch, Alexa Kopfhörer, Netflix Werbung und Pixelmator Foto. Ich beginne gleich mit Twitch. Vor, jetzt ist glaube ich schon zwei Wochen circa her, hat ja die EU bestimmen über den Artikel 1311 und was da noch alles dazugehört hat. Und ja, da war eigentlich schon ziemlich schnell klar, dass es den einen oder anderen Dienst geben wird, der sich da grösser Gedanken machen muss. Weil es nicht jeder so groß wie Google, Facebook und Co., die da eine Schar an Anwälten und anderen lustigen Vögel hat, die sich mit dem beschäftigen können. Bei Twitch ist das Ganze eben nicht so, dass man einfach vielleicht mal ein Foto hochlädt oder mal ein Video, das produziert wurde und so weiter. Twitch geht alles live und zwar ab dem Augenblick, wo man es online stellt. Und die Plattform muss natürlich gewährleisten, dass da nicht irgendwas drin ist, was eben nicht drin sein sollte. Thema Upload-Filter dazwischen sein sollte. Und bei Twitch meinte man, dass das Ganze nicht so einfach, respektiv fast überhaupt nicht umzusetzen sei, so wie es sollte. Und sie sich somit auch überlegen, eventuell halt einfach mal Twitch für Europa zu schliessen, dicht zu machen. Ja, unschön, aber ich glaube, die EU hätte das verdient. Zumindest die Politiker dahinter. Mal schauen, ob dann da... Nee, das Gesetz ist ja durch. Mist. Ähm, doofe Geschichte. Definitiv. Wir gehen weiter mit Alexa. Und zwar Kopfhörern aus dem Hause Amazon. Das gibt's wahrscheinlich bei den Basics-Produkten sogar. Kenne mich da nicht so gut aus, deshalb, ähm, ja, nur eine reine Vermutung. Aber nachdem Apple mit seinen AirPods und auch andere Hersteller wie Samsung mit den Buds, Galaxy Buds und so weiter, grössere Erfolge, Apple sogar riesige Erfolge feiern durfte, war es eigentlich nicht weit, dass auch Amazon da was anbieten möchte. Jeff Bezos will jetzt auch mit so einem Kopfhörer oder mit so in-Ear-Kopfhörerteilchen auf den Markt kommen. Sie möchten sich aber vor allem auf den Hauptfokus im Bereich Audioqualität legen. Da, wo die anderen nicht ganz so stark sind, wie sie sagen. Natürlich wird das Ganze auch auf das Zauberwort Alexa reagieren, aber sehr wahrscheinlich ziemlich ganz sicher kein LD-Modul haben, sprich mit irgendeinem Smartphone gekoppelt sein müssen, um Alexa über dieses Internet dann auch bedienen zu können. Wir dürfen gespannt sein. Nein, es wird gemunkelt, dass es in der zweiten Jahreshälfte 2019 soweit sein wird und man dann die neuen Stöpsel auch von Amazon sehen wird. Wir dürfen gespannt sein. Der Google Assistant. Kennt ihr ihn? Nutzt ihr ihn? Wir hatten es jetzt ja gerade von Siri und von Alexa. Google ist ja der dritte im Bunde, neben dem vierten Cortana, Cortana, aber bleiben wir mal beim dritten, beim Google Assistant. Der bringt euch ja Resultate, wenn ihr irgendwas sucht, wie sagt mir, wo ist das nächste Hotel oder wo kann ich in die Ferien in Usbekistan oder wo auch immer. Da bekommt ihr nachher Resultate geliefert. Das war bis anhin eigentlich immer nackte Resultate, also wirklich gute Resultate, ohne dass sich da jemand via Werbung hätte reinkaufen können. Das ändert sich anscheinend, weil laut Android Police kommen die ersten Nutzer jetzt schon Werbung angezeigt. Wir dürfen gespannt sein und abwarten, wann es dann auch bei uns soweit ist. Sollte euch was aufgefallen sein und oder werden in nächster Zeit, dann lasst es uns doch bitte wissen über die ganzen Möglichkeiten, die wir so haben. Kommentare, Social Media, E-Mail, was ja einer der beliebtesten Wege ist, um Feedbacks zu bringen in unserem Podcast hier, den täglichen. Weiter geht's mit Netflix. Netflix, da ist in den letzten Tagen ein bisschen aufgetaucht, dass die anscheinend Airplay nicht mehr in der App drin haben. Sprich, mit dem neuesten Update wurde Airplay rausgefiltert. Wer also unbedingt Airplay braucht, sollte, solange es geht, zumindest das neueste Update nicht machen. Denn, ja, das war nicht nur ein Fehler. Wie jetzt nämlich rausgekommen ist, hat sich Netflix selber gemeldet. Der Grund, weshalb man Airplay rausgenommen hat, ist, weil Airplay für Drittgeräte oder für Drittanbieter eingeführt wurde. Das heisst ja, an der CES hat unter anderem Samsung und, wer war da noch? LG und noch ein paar andere Hersteller. Vier waren es, glaube ich, an der Zahl bekannt gegeben. Sony, dass sie in Zukunft neben HomeKit auch Apple, also eine Apple TV App haben, wo man dann eben das Ganze konsumieren kann. Und es wird eine Airplay 2 Kompatibilität geben. Und weil man das Ganze dann nicht mehr so ansteuern kann, wie es für Netflix wichtig ist, hat man jetzt darauf verzichtet, das weiterhin zu unterstützen. Gut, ehrlich gesagt muss ich sagen, ist das nicht ganz so schlimm, denn meine Apple TV hat eine Netflix App, mein, gut, der alte Fernseher nicht, aber den neuen, den wir jetzt gerade getestet haben von Samsung, auch den von LG, die haben alle Apps drauf. Auch der Chromecast und der Firestick, all diese Möglichkeiten, haben alle samt Netflix Apps. Somit sollte es eigentlich kein Problem sein, den Content weiterhin auf dem Fernseher zu bekommen. Zu guter Letzt gibt es noch eine Neuigkeit aus dem Hause Pixelmator, die beliebte Grafikbearbeitungssoftware für macOS und iOS, hat ja viele Erfolge feiern dürfen in der Vergangenheit. Nun bringen sie eine neue App raus, Pixelmator Photo nennt sich die, und ist ab dem 6., sprich seit vorgestern kann man die vorbestellen für 4 Schweizer Franken, in Euro wahrscheinlich ähnlich, und ab dann, wenn sie offiziell da ist, also nicht mehr in der Vorbestellphase ist, bekommt man sie für 20% teurer. Also wer jetzt noch zuschlägt, kann ganz, ganz wenig ein bisschen was sparen. Wieso auch nicht? Pixelmator Photo ist eine, ja, Fotobearbeitungssoftware auf dem iPad, mit der Power vom Desktop und viel AI drin, und noch so ein paar Geschichten. Wenn es interessiert, Link ist in den Shownotes, ansonsten die App findet ihr via iPad, also via Tablet, im iOS-Universum, sprich im Apple Store vom iOS-Universum, so wollte ich sagen. Und das war es dann auch mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt einen guten und tollen Start in die neuen Woche, seid fleissig, seid erfolgreich, und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen am Dienstag wieder. Euer Pokipsi, bis dann, tschüss.